Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Dinos Hype. Also nochmal. Hallo ihr Dinos da draußen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf Dinos Hype. Heute stelle ich euch ein Spiel vor, falls ihr euch fragt, warum ich lache. Ich spreche noch mit Severin, also mit Fütter 11. Heute stelle ich euch ein Spiel vor. Hallo ihr Dinos da draußen. Und ja, es heisst Headball 2 und ihr könnt hier auch ganz cool Freunde haben, zum Beispiel mit mir. Und ihr könnt auch gerne das Spiel herunterladen und unserem Plan beitreten. Und ja, das wäre Neuneck. Wäre echt Mieze. Und dann spielen wir mal ein Spiel und hoffe, dass ich gewinne. Ah. Oh, der scheint gut zu sein. Also und dann, das ist mein Gegner. Und ich muss jetzt da am Tor schiessen. Und ich habe da solche Superkräfte. Das Spiel kenne ich dank Fütter. Nein. Jetzt zum Beispiel mache ich Bulkensperme. Und dann habe ich ... Das criminal. Und jetzt habe ich ein Tor geschossen. Und er hat mir Bulkenschuss gemacht. Nein, egal, ich bin so schlecht in diesem Spiel, aber ihr könnt es gerne ins Tor herunterladen, wenn es euch interessiert und in unseren Plan kommt und dann bekommt ihr auch eine Belohnung und das Spiel geht jetzt hier noch 16 Sekunden und es hat wirklich viele Spiels, die ihr euch so verdienen könnt, in Packs, die ihr bekommt oder kaufen könnt mit Geld, was ich nicht mache und ja und dann könnt ihr auch dieses Spiel gratis einfach so herunterladen, Headball 2 wie gesagt und jetzt habe ich hier eine Runde gewonnen, echt nice und mein Controller ist fast drunter geworden und jetzt bin ich auf dem fünften BOTS! Und wie gesagt, unser Kleinen, bitte komm, äh ja, wir machen jetzt noch ein Spiel und dann schauen wir weiter. Und heute ist unser Gegner Mick, der sieht nicht schlecht aus, der hat schon einen Schwanz. Und das habe ich in meinem Heimstadion, ich habe das ganze nach diesem Spiel noch einen, genau. Und so wie gesagt, sieht, hat der Gegner Internetprobleme und da ist er. Oh nein. Und das ist das erste Ball für uns in der 80ten. Oh nein. Oh nein. Ja, guck ich jetzt. Heiz eins für mich! So kann ich nachspielen, ne? Ist echt ein lustiges Spiel, könnt ihr euch gratis downloaden und Robba spielen. Oh fuck, jetzt hab ich fast... Oh nein. Jo. Und jetzt ist das das 5-2-1. 42 Sekunden. Und der macht da den Lattenschuss. Gut gemacht. Von mir. Und jetzt... Nicht das Tor. Schade. Und jetzt... Da kann er abwerben. Ja. Und da hab ich ihn überlobt. Und das ist das 6-1. Für Dinos Halper. Und das ist 10-1. Und das ist ziemlich gut, ne? Oh! Oh! Damit gewinnen ich das Spiel mit 9-1. Ist nicht so schwierig. Ich bin auch erst in der ersten Liga. Aber... Ja. Und jetzt... Und jetzt... Seht ihr hier, was ihr alles bekommen habt. Zum Beispiel 100 Fans. 180 Points. Und 3 Punkte. Und 6 Diamanten. Nein, da wollen wir keinen Rückmatch. Denn wir wollen uns die Sachen sammeln. Können wir jetzt nach Hause gehen. Und dann zeige ich euch alles. Also hier seht ihr Events. Gibt es so. Könnt ihr spielen. Dann könnt ihr hier die Charakter alle machen. Mit so verschiedenen Sachen. Und dann hier ist das Clan. Hier könnt ihr eure Freunde sehen. Dann gibt es auch einen Laden, wo ihr Sachen kaufen könnt. Ist aber nicht so nice. Und dann... Da habt ihr noch eure Kräfte. Und wenn ihr das Spiel neu downloadet, bekommt ihr so ein Starterpäckchen. Das ihr für 2 Franken statt für 10 Franken bekommt. Und... Finde ich echt nice. Und hier seht ihr dann die Tabelle. Ich bin Amateur Liga 3 und bin jetzt auf dem 5. Platz. Die wird in 1 Stunde und 35 Minuten enden. Und das heisst, dann werde ich wahrscheinlich aufsteigen. Und ja, hier seht ihr alle liegen. Der Champion 1. Da will ich mal hin. Und... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut da rein!